Hallo und herzlich willkommen zum Uploadplan für diese Woche. Ja, im Vergleich zur letzten Woche hat sich eigentlich nichts verändert. Wir gehen aber trotzdem nochmal kurz die einzelnen Projekte durch. Minecraft, wie gewohnt, Montag, Mittwoch, Freitag 18 Uhr. Läuft dort ganz gut, Zuschauerzahlen sind auch sehr gut und kommen immer wieder Kommentare. Sonntag 8 Uhr, kommt auch Minecraft, dann haben wir Adventure Capitalist. Bin ich eigentlich auch recht zufrieden mit den Aufrufzahlen, kommt Montag, Mittwoch, Freitag um 20 Uhr. Also da bleibt die Mittwochsfolge jetzt, zahlt sich auch aus. Dann haben wir noch gegen die FDQ, Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Da kommen wir auch langsam in die Zielgerade. Mal schauen, was danach dann kommt. Und dann haben wir natürlich noch die Apokalypsen-WG. Da kommt Samstag, 18 Uhr die Folge. Das wird dann auch, sag ich gleich dazu, die erste Special-Folge sein. Das heißt, bei der letzten Aufnahmesession haben wir auch zwei Folgen aufgenommen. Eben auch, wo wir auch Bezug genommen haben, quasi auch auf die 200 Abonnenten, die ich seit letzter Woche habe. Könnt ihr auch reinschauen. War auch recht lustig, mit den anderen aufzunehmen. Und dann haben wir natürlich noch die 30-Plus-Projekte, wo wir Rising World drinnen haben, City Skylines und Crafte World. Da bin ich leider immer noch nicht dazu gekommen, wie jetzt zu schauen. Aber ich bin noch überlegen, wie ich das mal abändern könnte. Weil 30 Aufrufe teilweise halt dann doch zu lang dauert. Aber wird sicher noch eine Lösung geben. Die Projekte, wenn was kommt, dann immer um 16 Uhr. Und dann haben wir natürlich noch Sonntag, 18 Uhr, Infovideos, Spielevorstellungen, wenn was ansteht. Ja, das war dann eigentlich der aktuelle Plan. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, fürs Kommentieren, dass ihr immer fleißig dabei seid. Und wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos. Tschüss!